Ein Land Rover Freelander steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen, fünftürigen SUV Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 150.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2009. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partygefilter, Nebelscheinwerfer und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 152 PS, Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.